Ich lerne Deutsch. Nummer 13506 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Programm für das Wochenende steht. Ich freue mich darauf. Das Programm für das Wochenende steht. Ich freue mich darauf. Welche Auswirkungen haben Lebensveränderungen auf deine Finanzen? Welche Auswirkungen haben Lebensveränderungen auf deine Finanzen? Gibt es im Krankenhaus ein Café oder eine Cafeteria? Gibt es im Krankenhaus ein Café oder eine Cafeteria? Planst du etwas Besonderes an diesem Wochenende? Planst du etwas Besonderes an diesem Wochenende? Ich habe jetzt Mittagspause. Ich bin in 20 Minuten bei dir. Ich habe jetzt Mittagspause. Ich bin in 20 Minuten bei dir. Die aktivsten Menschen gestalten ihre Zukunft, statt auf sie zu warten. Die aktivsten Menschen gestalten ihre Zukunft, statt auf sie zu warten. Das Zelt in meinem Zimmer schirmt mich von der Umgebung ab. Das Zelt in meinem Zimmer schirmt mich von der Umgebung ab. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Bei mir. Bei mir. Bei mir. Wäge. Es sind da.